Ja, Wirbi und Zeus läuft in Echtzeit jetzt, enough is enough und dann um 6.14 Uhr in Echtzeit laufe ich hoch, in Echtzeit, hoch, in Echtzeit, hier, da, 6.17 Uhr und hier der eine Überwachungsstirn und jetzt geht man hoch, in Echtzeit, ungebremst, weil das ja mit dem Zug auch, so Spazierfahrten mache ich nicht, das kostet richtig Geld, was der uns angetan hat mit dem Gericht, damit die,